Abschlagtutorial für Torhüter. Wenn auch du so deine Abschläge machst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Schritt 1. Den Ball einmal auftippen lassen und sich einen Überblick verschaffen. Schritt 2. Den Ball möglichst nahe an das abschlagende Bein halten. Schritt 3. Das Bein seitlich vom Körper durchschwingen und mit dem Vollspann treffen. Und so schaut es aus, wenn man alle Schritte zusammenführt. Folgt mir für mehr davon.